Immer wenn wir Arbeit bezahlen, kaufen wir einen Teil des anderen Menschen. Ist das jetzt in Ordnung, dass ich diesen und diesen Lohn bekomme? Und deshalb war ich auch immer der Meinung, dass das bedingungslose Grundeinkommen nur eingeführt werden kann, wenn wir alle neidfrei sind. Der Gedankengut-Podcast wie die Traum für Gespräche. Gespräche über Alltagsthemen, die uns immer wieder begegnen und bewegen. In Tiefe und Facettenreichtum betrachtet Wolfgang Gutwinett Impulse und Fragen unserer Zeit. Im Dialog mit verschiedenen Gästen und Wegbegleitern. Schön, dass du dabei bist. Herzlich willkommen zu einer weiteren Gedankengut-Podcast-Folge. Diesmal wagen wir uns an ein Thema heran, was schon für einige Spannungen sorgen könnte oder auch sorgt, nämlich die Arbeitswelt. Und unsere Frage oder unsere These für den Aufhänger dieser Folge, sollte Arbeit nicht mehr bezahlt werden? Wolfgang, du hast dich jetzt ein paar Jährchen schon beschäftigt mit der Arbeitswelt und mit verschiedensten Arbeitsmodellen und auch, wie ist es eigentlich mit dem Thema Entlohnung, wo man im gleichen Satz Gemeinschaftsbildung mit einfügt? Was trägt eine Gemeinschaft, was trägt sie nicht, was ist eigentlich fair? Und darauf würden wir gerne ein bisschen weiter eingehen. Und ich stelle dir einfach die Frage, sollte Arbeit nicht mehr bezahlt werden? Ja. Okay. Es ist schon schön, wenn du sagst Entlohnung. Was heißt denn Entlohnung? Dann brauche ich mich, um ihn nicht mehr zu kümmern. Um ihn? Du meinst den Arbeitnehmenden? Ja. Ich habe ihn entlohnt. Weg. Das ist keine Gemeinschaftsbildung. Ich versuche mein Gewissen, dass ich ihn sozusagen eingesetzt habe für meine Interessen, irgendwie zu beruhigen, dadurch, dass ich ihn entlohne. Aber ist das ein schlechtes Konzept, wenn beide Seiten damit fein sind? Du, die Frage ist doch, wenn ich entlohne, dann wäre es ja wichtig, dass es ein gewisses objektives Messbares gibt, was der andere getan hat. Und das glaube ich, das gibt es nicht. Ich kann eigentlich den Lohn einer Tat nur an der Wirkung messen. Gar nicht am Tun. Wenn mich jemand vom Ertrinken rettet, dann war das vielleicht keine sehr große Arbeit. Und sie war schnell erledigt in dem Augenblick. Aber die Wirkung war ungemein. Und wie entlohne ich den? Sag ich jetzt, das hat ungefähr eine Stunde gedauert oder eine halbe und du bist nass geworden und musst vielleicht ein paar neue Klamotten kaufen. Oder wie denken wir das? Und sag ich, du hast dein Leben gerettet. Der, den du gerettet hast, der sollte jetzt die Hälfte seines Einkommens in dem Leben an dich abgeben, weil er wäre nicht mehr, wenn du ihn nicht gerettet hättest. Weißt du, da kommen wir in ein Feld, wenn wir uns gegenseitig abrechnen, was wir geleistet haben füreinander. Also ich sage ein Beispiel. Wir haben früher im Lager bei uns eigentlich immer gleiche Löhne gehabt. Dann kam das Thema auf, dass einer mehr kommissioniert als der andere, also mehr leistet in der Stunde. Und dann sollte ein Leistungslohn bezahlt werden. Ich war grundsätzlich dagegen und habe mich aber nicht durchsetzen können. Also es wurde ein Leistungslohn bezahlt. Da ich immer mit den Wirkenden im Lager auch gesprochen habe, haben die dann gesagt, ja, das ist komisch. Früher hat jeder eine Palette, wenn sie leer war, dann auch weggeräumt, dass der andere nicht drüber gestolpert ist. Heute, nachdem wir den Leistungslohn haben, bleibt die liegen. So, und jetzt müssen wir um die leeren Paletten rumgehen. Und der Erfolg dafür, dass wir sozusagen Leistungslohn zahlen, da haben wir uns ausgerechnet oder die, die es wollten, sich ausgerechnet, dass das die Leistung verbessert. Das ist nicht der Fall. Die Unzufriedenheit ist gestiegen. Das Miteinander ist verloren gegangen. Und ich glaube, so ist das an allen Stellen. Das ist ein Beispiel dafür. Wir können dann nicht noch einbeziehen, ja, jede Palette, die weggeräumt worden ist, gibt so viele Punkte. Dann können wir uns anfangen, über diese Punkte zu streiten. Und dann gibt es was anderes. Also ursprünglich ist die Welt anders angelegt. Wir setzen uns für das ein, was vor uns liegt. Ich kann die Aufgaben, die mir im Leben begegnen, nicht alle erledigen. Aber ich kann mich fragen, ist das eine Aufgabe, die zu mir gehört? Bin ich berufen, den aus dem Wasser zu holen oder nicht? Habe ich die Voraussetzungen dafür? Und alles das kann ich mir überlegen. Das beurteilt jeder anders. Der eine bringt sein Leben dafür in Gefahr. Und der andere sagt, ich habe gerade einen neuen Anzug, mit dem kann ich nicht ins Wasser gehen. Das muss ein anderer machen. Deshalb diese Verrechnerei, das ist ein Irrweg, ohne den wir in dieser Welt nicht auszukommen scheinen. Aber wir können Leistung wirklich nicht messen. Und es hilft dem Menschen ja auch gar nichts, dass er seine Leistung bezahlt bekommt. Aber eigentlich muss er überleben können. Es kann auch sein, dass jemand so viel leistet, dass er das gar nicht bezahlt bekommen kann. Und umgekehrt, es kann sein, dass einer so wenig leistet, dass er davon nicht leben kann. Das haben wir ja, beide Fälle haben wir. Und es ist die Frage, ob wir jetzt hergehen und dann sagen, ja gut, also ein Vorstandsvorsitzender von einem Unternehmen, was zehn Milliarden Umsatz macht und in fünf Ländern ist, der muss dann einen Riesenlohn bekommen. Warum eigentlich? Ist er für diese zehn Milliarden zuständig? Hat er das dahin gebracht? Sitzt er jetzt zufällig auf diesem Posten? Sicher macht er das ganz gut, sonst setzt man ihn wieder ab. Aber es ist trotzdem nicht seine Leistung. Aber was wäre dann die gute Form der Verteilung? Jeder nach seinen Bedürfnissen. Und wie, ich meine, jetzt hat ja jeder, wird ja sofort so eine ganze Papierrolle auspacken können. Das sind meine Bedürfnisse. Und dann liest es jeder vor, einen Tag lang. Ja, aber das ist jetzt, ich behaupte auch nicht, dass wir das hinkriegen, Sophie. Aber wir machen uns ja jetzt Gedanken darüber, was richtig wäre. Und ich weiß, das ist einfach unvorstellbar weit, weil es die Voraussetzung des Menschen verlangt, dass er bescheiden ist und dass er immer, wenn er etwas verlangt, das auch in Relation zieht zu den anderen und sagt, wo ist jetzt das Geld am notwendigsten. Und nicht nur sich sieht. Also, dass er eigentlich versucht, dass er in die Gemeinschaft hinein Leistungen erbringt und dass die Gemeinschaft wach dafür ist, was er braucht zum Leben. Beides ist nicht gegeben. Das ist aber interessant, weil da müsste ich mich ja zuerst auch fragen, kann die Gemeinschaft mich tragen? Ja. Und was kann ich beitragen, damit die Gemeinschaft mich auch trägt und umgekehrt ich dann halt auch andere mittrage. Also ich muss sagen, es ist, wir haben das ja häufiger schon mal durchspielt oder gedanklich durchspielt und versuchen es ja auch am Ort, an unserem Arbeitsort umzusetzen und die Menschen immer im Einzelnen auch zu betrachten. Natürlich sind wir auch an Rahmenbedingungen gebunden und so, aber ich kann sagen, was das mit einem selber macht. Jetzt bin ich auch mehr an der Thematik dran, einfach dadurch, dass wir da viel drüber sprechen und ich auch im Personalwesen tätig bin. Bin ich nicht frei davon, mich zu fragen, ist das jetzt, ich sage mal in Anführungsstrichen, in Ordnung, dass ich diesen und diesen Lohn bekomme? Ist das denn tragbar für die anderen? Aber auf der anderen Seite muss ich auch sagen, es gibt Tage, wo ich mir denke, jetzt sehe ich, wie jemand so wenig macht und ich seine Arbeit mitmache. Dafür kriege ich ganz schön wenig. Also dieser Zwiespalt, den zu erleben, ist, glaube ich, keiner frei von. Ja, das ist so. Und deshalb war ich auch immer der Meinung, dass das bedingungslose Grundeinkommen nur eingeführt werden kann, wenn wir alle neidfrei sind. Ja, gut. Weil das bedingungslose Grundeinkommen, ich habe mich damit auch viel beschäftigt, heißt ja, dass ich dem anderen alles gönne. Und das heißt auch, dass ich dem anderen gebe von dem, was ich erarbeitet habe, sonst könnte er kein Einkommen bekommen. Oder ich gebe so viel ab. Ich habe das mal in der Familie diskutiert und habe gesagt, passt mal auf, wir machen ein bedingungsloses Grundeinkommen. Nun gibt es da sehr unterschiedliche, manche, die waren noch in der Ausbildung, andere haben schon gut verdient und so. Und ich natürlich sowieso. Und die Frage ist, heißt das, dass ich das alles dann mache, weil ich am meisten verdiene? Oder gibt da jeder was von ab? Also bei der ersten Frage hätten noch alle mitgemacht, weil sie nicht betroffen gewesen wären, sondern nur bekommen hätten in Relation zu mir. Aber das wäre auch nicht gegangen. Und ich habe dann immer gefragt, seid ihr bereit, auch zehn Prozent abzugeben in den gemeinsamen Topf? Wie ist das heute in den Familien, wenn der Jugendliche arbeitet? Gibt der noch was ab von seinem Lehrgeld? Natürlich hat er wenig und sie sagen, du brauchst nichts abzugeben, das ist in Ordnung. Wenn die Gemeinschaft das sagt, wichtig ist, was kann die Gemeinschaft tragen? Und das ist in jeder Gemeinschaft anders. Es gibt Gemeinschaften und früher gab es ja in den ganzen klösterlichen Gemeinschaften, da gab es nur ein einziges Portemonnaie, aus dem sich alle bedienen können. Dazu braucht es eine geistige, seelische Reife. Wenn wir die nicht haben, dann geht das nicht. Dann guckt ihr, was der andere rausnimmt. Wenn der so viel rausnimmt, ja dann habe ich doch schon lange das Recht, noch ein bisschen mehr rauszunehmen. Weil ich habe ja das und das und das gemacht. Und solange wir so denken und also neidisch sind, wird uns das nicht gelingen. Aber immer wenn wir Arbeit bezahlen, kaufen wir einen Teil des anderen Menschen. Meinst du nur das monetäre Bezahlen oder? Ja, wir kaufen einen Teil des anderen Menschen. Das ist eine Zeit. Arbeit ist keine Ware. Aber wir tun so, als ob es Ware ist. Und da liegt ein Fehler drin. Und da werden wir unzufrieden sein, solange wir so denken. Und jetzt kann man in kleinen Gemeinschaften versuchen, das anders zu machen. Ich kenne Gemeinschaften, die das ganz gut hinkriegen. Aber es wird für die auch immer schwieriger. Weil die Idee, dass ich mein eigenes Geld haben will und das ausgeben will, wie ich will. Und zwar nur, wie ich will und nicht im Sinne der Gemeinschaft. Das nimmt zu. Das hängt mit dem ganzen Individualismus zusammen, den wir reinstreben. Und wir streben ja nicht in die Gemeinschaft im Augen. Wir streben eher auseinander. Wir teilen uns auf. Wir teilen uns in immer mehr Gruppen. Wir haben immer mehr Bedürftigkeitsgruppen. Und rechnen die Gruppen gegeneinander ab. Wenn Not kommt, richtig große Not kommt, was wir nicht wünschen, dann wird sich das etwas reduzieren. Inwiefern? Weil dann die Bedürftigkeit des Einzelnen viel deutlicher hervortritt, weil alle bedürftig sind und weil alle eigentlich die Hilfe der anderen brauchen. Es heißt so schön, Not lehrt beten, hat man früher gesagt. Das heißt, da komme ich wieder nach innen. Da schaue ich anders. Da vergesse ich meinen Egoismus etwas. Aber wenn es uns gut geht, werden wir auch immer egoistischer. Aber was meinst du, hilft jetzt oder wäre ein erster Schritt, um dahin weiterzukommen? Das heißt ja nicht, dass wir es jemals erreichen müssen. Aber der Weg ist ja wichtig. In kleinen Gemeinschaften beginnen. Zum Beispiel in der Familie. Und der Familie sich verständigen darauf, dass wir gemeinsam entscheiden, was wir machen, was wir anschaffen, was wir nicht anschaffen. Und was Arbeit ist? Also wann tut jemand etwas für mich? Das passiert doch dauernd. Früher war das ein Teil der Höflichkeit. Etwas für den anderen zu tun war ein Teil der Höflichkeit oder der Achtsamkeit. Wenn ich anfange, das abzurechnen, verliere ich die Höflichkeit und auch die Achtsamkeit. Es geht nicht ums Abrechnen, das meine ich nicht. Aber es geht darum, ein Bewusstsein zu schaffen. Also wenn jemand für mich Abendessen kocht, ist das ja auch seine Zeit. Ja. Und das kann ja auch sein, dass meine Dankbarkeit sich darin zeigt, dass ich mich bedanke. Ja. Das wäre nochmal ein Schritt, dass ich sage, kann ich heute Abend noch was für dich tun? Was würdest du denn gerne machen? Also dass ich einfach die Sache rumdrehe. Und ich sage, du hast jetzt dich hier so eingebracht für die Sache. Ich würde gerne was machen, was du gerne machst. Das wäre ein Schritt. Habe ich ein Bewusstsein dafür, was der andere geopfert hat für mich? Wo fällt es mir schwer, etwas zu opfern für den anderen? Kommen wir nochmal zurück zu unserer Ausgangsthese, dass Arbeit nicht mehr bezahlt werden sollte. Wie schließen wir das jetzt ab? Ja, wie schließen wir das ab? Wenn ich sie nicht bezahle, dann komme ich zu einem gemeinschaftlichen Arbeitsergebnis, was auch alle genießen dürfen. Und wo ich gucken muss, wie teilen wir das Ergebnis unserer Arbeit. Dann bin ich in einer anderen Situation. Es gibt ein sehr schönes Beispiel in der Bibel von den Arbeitern im Weinberg. Da werden die Arbeiter vom Verwalter morgens am Markt besucht. Und er sagt, ich habe Arbeit, kommt ihr mit? Ja, und dann kamen einige mit. Da offensichtlich noch mehr Arbeit da war, ist er am Mittag noch mal hingegangen, hat auch gefragt, wer will mitarbeiten. Hat ihnen allen den Lohn, den gleichen Lohn versprochen. Und abends ist er noch mal hingegangen und hat ihnen auch den Lohn des Tages versprochen. Und dann kriegen die alle ihren Lohn, alle den gleichen, obwohl sie unterschiedlich lang gearbeitet haben. Und dann sind die unzufrieden und sagen, wir haben den ganzen Tag gearbeitet, die anderen sind erst abends gekommen, wir haben die Hitze des Tages getragen, und die kriegen jetzt das Gleiche. Das ist doch nicht gerecht. Und dann sagt der Verwalter, habt ihr alle gekriegt, was ich euch versprochen habe? Ja, dann geht hin und seid zufrieden. Und er sagt auch noch, meint ihr, die Kinder von denen, die heute Abend erst zur Arbeit gedungen worden sind, wären weniger hungrig als eure? Und das ist eine interessante Umkehrung, dass da in der Bibel schon steht, dass eigentlich es ums Grundeinkommen geht. Aber das heißt, dass ich dann das mache, was gemacht werden kann, und ich nicht neidisch bin, wenn der das weniger gemacht hat, das Gleiche kriegt. Das ist die Voraussetzung dafür. Und da sieht man schon, dass es ging um das Einkommen nach den Bedürfnissen, nämlich nach den hungrigen Kindern zu Hause. oder der Familie. Und nicht danach, wie viel einer gearbeitet hat. Und das ist das Urmodell. Ich denke, da schließen wir mit dieser Folge ab. Danke fürs Zuhören und sagen auf bald.